Ich hatte Angst, dass hier etwas mit Gary Cooper anfängt. Hattest du hinter meinem Rücken eine Affäre mit Gary Cooper in Soldatenuniform am Set von Marokko? Gemeint bin übrigens ich und diese Uniform, sie erinnert sich. Ob du eine Affäre hattest, hab ich dich gefragt. Ja, so war er auch, Heliose von Sternberg. Ja, zumindest am Set. Seine legendären Gutanfälle waren legendär. Am Set schrie er mich manchmal genau so an. Und ich wusste ja, dass er mich verliebt sein musste, um mich so zu inszenieren, wie er es tat. Ich frag dich ein letztes Mal, hattest du eine Affäre mit Gary Cooper oder nicht? Ja, so war es. signs disinfect Priorität Was war das, wie es tat. Abohelled Tatm.